dieser märz war übrigens bisher unser lukrativster monat verkündete ann und die auftragslage ist weiterhin gut wenn das so weitergeht müssen wir überlegen ob wir vielleicht ab herbst in der detektei sogar verstärkung brauchen sie stellte den topf mit ihrem spezialkurry neben den reis auf den großen küchentisch und setzte sich finola sah sie überrascht an während lachy nur nickte und die hand nach ans teller ausstreckte du denkst daran jemand neues einzustellen fragte er nein so weit würde ich noch nicht gehen ich dachte eher an hilfe auf honorarbasis am besten eine frau weil die unauffälliger observieren kann sie könnte dich bei den alltäglichen fällen von untreuen eheleuten und ähnlichem entlasten finola ja das wäre durchaus zu überlegen danke lachy finola nahm ihren teller entgegen stellte ihn vor sich ab und griff nach ihrem weinglas dann also auf mc tavish and scott mögen weiter viele leute gut dafür bezahlen dass wir verschollene finden rätsel lösen und geheimnisse aufdecken sie stießen an und lauschten einen moment lang dem wohlklang der alten kristallgläser ans schwiegereltern hatten sie ann und malcolm zur hochzeit geschenkt und früher waren sie nur für besondere anlässe aus dem schrank geholt worden inzwischen standen die letzten drei heilen gläser im küchenschrank und wurden so oft benutzt dass ann nur noch ganz selten an ihre herkunft dachte malcolm war tot und nach all seinen geheimnissen auf die sie gestoßen waren mochte sie keinen gedanken mehr an ihn verschwenden er nahm einen schluck des kühlen weißweins und sah lachy an der sie liebevoll an lächelte finola kaute bereits sie hatte es gut getroffen stellte ann fest aus der befristeten stelle die sie der jungen unerfahrenen finola mc tavish im letzten sommer angeboten hatte hatte sich eine professionelle und harmonische partnerschaft und persönliche freundschaft entwickelt und lachy wer hätte je gedacht dass dieser mann den sie seit ewigkeiten als den computer nerd in malcams detektal kannte nicht nur ihr engster mitarbeiter werden würde sondern nun auch der mann an ihrer seite letzteres fühlte sich noch immer sehr neu an und sehr aufregend du lächelst so selig an was denkst du fragte lachy ann grinste ihn an an dich natürlich finola stöhnte und kaute schneller ich bin gleich weg verkündete sie zwischen zwei bissen ann lachte herzhaft während lachy nur milde schmunzelte es geht darum dass ich lachy gerne sein gehalt erhöhen möchte stellte ann klar er arbeitet schließlich ebenfalls mehr finola nickte mein okay hast du ohne seine infos hätte ich den fall in der keith nie gelöst gar nicht zu reden von den vielen aufträgen die er allein am computer erledigt er ist jeden penny wert ich danke meinen reizenden chefinnen darf ich noch wein nachgießen lachy hob die flasche an aber immer doch moment mit drei großen schlucken lehrte finola ihr glas ann und lachy wechselten einen blick ich hab's ein bisschen eilig erklärte finola treff mich vor dem tanzen noch mit lorry ach nett lachy schenkte ihr wein ein und goss auch in ann's und sein eigenes glas ein wenig nach das wird sich zeigen ich glaube sie hat wieder probleme mit einem typen zumindest klang ihre stimme so deswegen brauche ich jetzt eine gute grundlage im magen dein curry ist da ideal ann schmeckt wie immer toll ann dankte und begann endlich auch zu essen finolas teller war nach kürzester zeit leer sie stand auf und räumte ihn zusammen mit dem bestec in die spülmaschine meine zweite portion bewahr ich mir für später auf wenn ich zurückkomme sorry dass ich die runde schon auflöse aber ich bin sicher ihr kommt ohne mich zurecht wir bemühen uns grüß lorry sagte ann mach ich mit eiligen schritten verließ finola die küche kurz darauf schlug die haustür zu endlich allein ann blinkerte künstlich finola war dir also lästig lachy grinste was hast du vor zuerst mal in ruhe fertig essen alles andere sehen wir später sie aßen in freundschaftlichem schweigen bis ann sagte ist dir an finola etwas aufgefallen nein was war sie beim friseur ann seufzte sie wirkt nicht glücklich man kann nicht immer glücklich sein ich weiß nur sie hat so etwas ruheloses heute abend ganz deutlich stimmte lachy zu aber sie ist ja auch noch nicht so alt und gesetzt wie wir und ihre freundin hat liebeskummer fühlst du dich alt und gesetzt nicht wirklich er nickte zufrieden ich bin ja nicht sicher ob nicht finola diejenige mit dem liebeskummer ist sagte sie dann langsam und schob die letzten bissen auf dem teller mit der gabel hin und her kurz nachdem wir aus aberdeen zurück waren hat mrs b als sie zum putzen hier war erwähnt dass amanda schwanger ist amanda erskin die frau von craig erskin lachy legte den kopf schief die kennst du doch so gut hat sie dir das denn nicht selbst erzählt nein ich habe schon länger nichts von ihr gehört aber man verkündet eine solche nachricht ja normalerweise auch nicht so früh ganz groß falls noch was schief geht zumindest war das zu meinen zeiten so das kann ich nachvollziehen aber warum weiß dann ausgerechnet mrs b bescheid wahrscheinlich hatte sie beim sauber machen dort große ohren und du kennst sie ja lachy nickte ich verstehe und was ist jetzt mit amanda und craig stell dich nicht dumm du weißt genau dass ich finola und craig meine du hast doch auch gesehen wie die beiden sich nach der theaterführung angesehen haben lachys gesicht wurde auf einmal ernst du denkst finola hat sich irgendwie hoffnungen gemacht ich schließe das nicht aus amanda hat mir vor ein paar wochen anvertraut dass ihre ehe ziemlich am ende ist beziehungsweise sie war es wohl doch nun mit ihrer schwangerschaft entzuckte mit den schultern lachy legte seine hand auf ihre theory ich verstehe dass du dir gedanken machst aber das geht uns nichts an finola ist eine starke frau notfalls sogar stark genug dich um hilfe zu bitten wenn sie sie braucht er nickte du hast recht wie immer und in den nächsten tagen hat sie auch ablenkung durch den neuen fall in diesem spukhotel möchtest du eis zum nachtisch ich habe walnuss mit ahornsirup oder kirsch gerne beides und dann schauen wir noch gemütlich einen film oder so bevor ich mich auf den heimweg mache du bleibst heute nacht nicht hier lachy schüttelte den kopf ich gebe dir freiraum zu malen habe einem freund versprochen mir seine website genauer anzuschauen wegen datenschutz und so er hatte da kürzlich probleme er runzelte die stirn hat ihre chefin das genehmigt mr mckinnon nicht dass sie ihre arbeitskraft auswärtig verschwenden lachy stand auf zu allererst einmal verschwende ich meine arbeitskraft mit dem anrichten zweier nachspeisen hier ruhig schon ins wohnzimmer ich mache ihr den rest und komme gleich lächelnd folgte er in seiner anweisung ein bisschen schade war es dass er nicht bleiben würde aber sie brauchten beide ihre eigenen freiräume und sie hatte tatsächlich heute große lust zu malen in lorries schlafzimmer sah es aus wie nach einem einbruch alle schranktüren und schubladen standen offen und sowohl auf ihrem bett als auch auf dem lesesessel häuften sich kleidungsstücke papier türmte sich auf der fensterbank ein bücherstapel war umgekippt und hatte lorries kriminellen lesestoff auf dem bettvorleger verteilt warte sie müssen jedoch irgendwo sein murmelte lorries was suchst du eigentlich erkundigte sich finola vorsichtig immerhin konnte sie aufatmen lorries wirkte eher aufgedreht als kummervoll meine ohrringe dort vielleicht finola deutete auf die pinwand neben dem kleiderschrank an der jede menge ohrringpaare an bunten stecknadeln hingen lorries schüttelte ihre roten locken nein die neuen die von denen daniel gesagt hat da triumphierend hielt sie zwei rotgoldene hänge ohrringe mit grünen perlen in die luft die sie endlich unter einem wust aus schals gefunden hatte daniel auch ich habe ihn gestern zufällig in der princess street getroffen als du die neuen ohrringe anhattest lorries schüttelte den kopf als ich sie mir kaufen wollte ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen diesem und einem anderen paar aber daniel sagte moment du warst mit daniel ohrringe kaufen mit dem daniel der akkordeon spielt und mädchenherzen bricht habe ich was verpasst lorries lori runzelte die stirn er bricht keine mädchenherzen er kann ja nichts dafür dass sie ihn alle so toll finden und unser treffen war auch ganz harmlos so 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 so